Robert Englund war Freddy, jetzt ist er das Phantom, das Phantom der Oper, ein Albtraum der sie verfolgen wird. Es ist nicht nur in ihrem Unterbewusstsein, es ist nicht nur in ihren Träumen. Das Phantom wird sie in eine vergangene Zeit versetzen. Das Phantom der Oper lebt und es nimmt Rache an all jenen, die Schuld tragen an seinem Albtraumhaften Wahrsein. Was wird sein, wenn ich sie sehe? Sie werden sterben. Das Phantom der Oper, der Film. Wollen Sie mich immer noch kennenlernen? Nein! 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 Untertitelung des ZDF, 2020